Der französische Hersteller Heller bietet ein Twinset an von der Rock Armadour und der Bodas Deinor. Im Grunde ist es nur ein Schiff in der Ausführung von zwei verschiedenen Eignern. Der für die Bauteile verwendete Kunststoff ist nicht spröde und damit sehr gut zu bearbeiten. In diesem Fall liegt ein Starter Set vor, in dem Farben, Pinsel und Kleber vorhanden sind. Allerdings sind es nur die Grundfarben. Wer schon einmal ein Heller-Modell verbaut hat, der findet sich schnell in die Art der Bauanleitung hinein. Natürlich kann man ein Modell nach dem anderen bauen oder beide Modelle parallel. Während in diesem Bausatz alle Teile sehr gut passten, standen die Rumpfteile unter Spannung. Die Bauanleitung von Heller sehen vor, dass viele Arbeitsschritte zuvor erledigt werden, einzelne Komponenten dabei entstehen und diese erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammengefügt werden. Mit Klarsichtfenstern ist das Modell nicht ausgestattet und die beiliegenden Farben sind bereits ausgetrocknet. Auf der Suche nach Bauteil 53 wurde erst im Nachhinein festgestellt, dass es sich um zwei einzelne Teile handelt. Der weiße Farbstreifen auf dem Rumpf des Schiffes ist nur für ein Modell vorgesehen, für das andere Modell liegen Schiebebilder vor. Der einzige in der Beschreibung festzustellende Fehler ist in der Farbgebung zu finden. Hier heißt es selbst entscheidend, Originalfotos von der Rock Armadour sind nicht zu finden. Mit dem Zusammenfügen der vorgefertigten Komponenten wachsen die Schiffe zu ansehnlichen Modellen heran. Beim Verarbeiten der Schiebebilder ist äußerste Vorsicht walten zu lassen. Sie sind sehr empfindlich und von Heller auch sehr dünn gehalten. Am Ende einer nicht überlangen Bauzeit sind zwei schlichte, aber schöne Modelle von Fischereifahrzeugen entstanden. Komponenten Komponenten Komponenten